Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest. Für den FC Homburg steht das erste Derby an. An diesem Samstag, 24. Oktober, 14 Uhr, geht's zur Spielvereinigung Helbersberg, allerdings nicht an die Kaiserlinde. Das Spiel findet statt um 14 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Ja, ich begrüße unseren Trainer Jens Kiefer, von Spielerseite heute zu Gast bei uns, Sebastian Wolf. Herzlich Willkommen Sebastian. Wir fangen mit Jens an. Wer deine Vita kennt, vorheriges Traineramt, war auch in Helbersberg. Was ist das für dich für ein Gefühl, jetzt bei so einem Derby wieder eine ehemalige Glück zu treffen? Gut, zuerst mal muss ich sagen, vom Gefühl her ist es jetzt nicht so besonderes, aber es ist immer wieder schön, in Helbersberg zu sein. Ich war gerne dort und ich komme auch immer wieder gerne hin, weil die Zeit sehr erfolgreich war. Ansonsten ist es ja ein Spiel, wo man weiß im Saarland, wir haben jetzt dieses Jahr drei saarländische Gegner, das heißt drei Saardörbys. Das ist für uns schon was Besonderes, dann auch solch ein Spiel anzugehen. Und wenn es dann noch gegen die SV geht, die ja von allen am Anfang der Runde als absoluter Top-Favorit genannt worden ist, ist es umso schöner, auch dort hinzufahren und wenn es irgendwie geht, auch dort zu punkten. Jens, wie stellt man so eine Mannschaft auf so ein Derby ein? Brennen die jetzt mittlerweile richtig aufs Spiel? Hast du da irgendwo ganz deutliche Signale gesetzt? Gut, zuerst mal von der Fußball-Taktik-Technik-Seite gehen wir es genauso an wie immer. Wir bereiten uns auch den Gegner vor, wir bereiten unser Spiel vor, was wir machen wollen und darauf legen wir dann auch größten Wert. Und dann kommt halt die emotionale Schiene, die mentale Schiene und auf der Schiene muss man auch den Spielern sagen, um was es geht in dem Spiel. Es geht im Endeffekt um drei Punkte. Es geht auch darum, ein Zeichen zu setzen, auch für die Fans, dass jeder sieht, dass wir solche Derbys auch mit allem, was wir haben, angehen und auch solche Derbys gewinnen wollen. Das ist ganz opaste Priorität auch für uns und das werden wir genauso auch angehen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Elbersberg gilt als einer der Favoriten um den Platz in die Aufstiegsrunde. Aber man hat so das Gefühl, dass es im Moment nicht gerade so optimal läuft. Im Spielberg hat man gepatzt. Jetzt im Pokal war es auch nicht so das ganz große Spiel von den Elbersbergern. Ist das so eine Situation, die man ein bisschen ausnutzen kann oder glaubst du da nicht so eine Verunsicherung? Ja gut, muss man jetzt mal abwarten. Zuerst mal ist es grundsätzlich, Pokalspiel ist egal, da geht es nur Siegen oder Fliegen und sie haben gewonnen. Also ist das, was man erreichen wollte, erreicht. Und ja, sie haben jetzt zwei Auswärtsspiele nicht gewonnen, muss man sagen. Unerwartet nicht gewonnen, aber ich glaube, am Samstag wird es ein völlig anderes Spiel. Es ist nicht irgendwo für die SVB auswärts auch. Ja, es ist im Ludwigspark, das heißt nicht ihr Stadion, aber trotzdem ein Heimspiel für sie, weil sie doch dort ja auch jetzt gegen Samuel 5 schon gespielt haben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sie dort sind. Im Endeffekt werden wir versuchen, das Spiel so anzugehen, wie auch gegen jeden anderen Gegner. Und wir wollen die SVB richtig mächtig ärgern. Das wird unser Ziel am Samstag sein. Wir wollen dort alles das, was wir können auf dem Platz auch zeigen. Wir wollen ein gutes Spiel liefern. Wir wollen auch Leidenschaft auf den Platz bringen. Wir wollen aggressiv sein, Zweikämpfe annehmen. Wir wollen nur nach vorne spielen. Und das werden wir am Samstag alles zeigen. Und dann denke ich, da haben wir auch eine gute Chance. Ja, soweit erstmal Dankeschön. Jens, wir haben Sebastian noch da, der soll auch nicht ganz umsonst da sitzen. Du hast auch deine Erfahrungen in Elversberg gesammelt. Du warst einige Jahre jetzt dort. Wie ist das denn eigentlich jetzt für so einen Spieler? Ist das für dich eine andere Situation? Man trifft den ein oder anderen noch, mit dem man gleich gespielt hat. Viele sind es nicht mehr. Aber auch das ganze Umfeld kennt man ganz gut. Wirkt sich das für dich irgendwie aus oder ist das völlig banal? Also für mich ist es auch nicht unbedingt ein besonderes Spiel. Also wir haben letztes Jahr auch gegen Elversberg drei Mal gespielt und da war es auch nicht unbedingt besonders. Es ist ein Derby, das es interessant macht, auf jeden Fall. Es wird zur Sache gehen und wir freuen uns alle auf das Spiel. Und ja, ich war dreieinhalb Jahre dort. War auch eine schöne Zeit. Ich denke auch noch gern dann zurück und bis auf Mark Groß und Morten Jensen, glaube ich, sind alle neu. Von dem her, ja, das ist eine Mannschaft, die ich jetzt nicht so gut kenne, aber ich freue mich drauf. Gab es von Trainerseite jetzt irgendwie was, wie euch besonders heiß gemacht hat auf das Spiel? Also bei Derbys, glaube ich, braucht ein Trainer jetzt nicht übermäßig motivieren. Jeder Spieler weiß, worum es geht gegen Elversberg. Die ja mit Favorit sind um den Aufstieg. Und ja, da wollen wir einfach alles geben. Die letzten drei Spiele haben wir gewonnen und wollen dann mit viel Selbstvertrauen in das Derby jetzt gehen und wollen auf jeden Fall den vierten Sieg in Folge dann mitnehmen. Danke erstmal, Sebastian. Jens, unsere Mannschaft. Wir hatten ein bisschen Lazarett die vergangenen Wochen. Wie sieht es denn im Moment aus? Kannst du, glaube ich, da ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen? Ja, Kai Hesse hat heute das erste Mal trainiert. Muss man abwarten, wie es am Samstag geht halt. Ich hoffe, dass er, ja, bei 100 Prozent wird er nicht sein, da braucht man nicht drum zu reden. Aber wenn er auf dem Platz steht, weiß man, dann kennt man Kai, da wird er alles raushauen, solange es irgendwie geht. Da gibt es keine Frage. Ja, Steven Krüner ist wieder dabei nach der Sperre. Nils Fischer hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Muss man morgen das Abschlusstraining abwarten, ob es geht. Patrick wird wahrscheinlich auf der Bank sitzen oder vielleicht sogar anfangen. Das müssen wir sehen, wie es auch bei Kai ist. Da lassen wir uns im Moment auch noch alles offen. Ansonsten kommt von den Verletzten keiner zurück. Ja, danke soweit mal. Von unserer Seite. Ich gebe das Wort natürlich ganz gerne noch an die Vertreter der Medien, die heute zahlreich erschienen sind. Irgendwelche Fragen? Deine, an den Dennis Kiefer. Deine Eindrücke gestern vom Pokal-Spiel, warst du nicht sicher dort? Nein, ich war nicht dort. Ich glaube aber trotzdem Eindrücke. So dann auch, wenn du nicht dort warst. Die Eindrücke von den Spielen, die du vorbeibst. Ja, ich habe die SVE jetzt dieses Jahr zwei-, dreimal live gesehen, habe sie auf Video gesehen. Co-Trainer hat sie gesehen. Die SVE ist mit Sicherheit, da brauchen wir nicht drum herum zu reden, der Top-Favorit für mich auch. Mit Sicherheit den breitesten Kader der ganzen Liga. Man sieht es ja auch, da fallen dann Leute wie Matthias Kuntz aus. Dann spielen die Nächsten oder allein die Leute, die sie dann verpflichtet haben, glaube ich am 30. oder 31. August. Das ist dann schon mit Österreich, Schloffer, Berzel eine Qualität, die eigentlich über Regionalliga hinausgeht. Und andere verdrängt haben, die auch schon eine absolute Spitze waren in der Regionalliga. Dementsprechend ist es eine gute Mannschaft. Sie versuchen auch viel, viel Fußball zu spielen, muss man sagen. Sie sind sehr, sehr gut organisiert und halt eine Mannschaft, die bei Standards brutal stark ist. Das wissen wir. Ich glaube, die SVE hat mehr als die Hälfte ihrer Tore durch Standards erzielt. Und das sagt alles aus. Wir sind darauf vorbereitet. Wir werden alles dagegen setzen. Alles das, was wir können. Und wir werden ein gutes Spiel machen. Danke. Weitere Fragen? Kai Hesse, ist das die Zahngeschichte noch? Ja, er hat ja letzte Woche ein Zahnangebot bekommen. Er hat aber eine richtige Krippe gehabt. Hat Fieber, Schüttelfrost gehabt. Und gestern war es das erste Mal hier. Hat aber nicht trainiert gestern, sondern heute das erste Mal. Und dementsprechend muss man halt abwarten am Samstag, wie weit es ist. Irgendwo müssen wir ja auch einen Stürmer auf dem Set gehen. Aber da gibt es nun jetzt so ein bisschen das Stichwort. Beim letzten Spiel gab es ja dann doch große Elogen, muss man schon sagen, auf Thierry Steinmetz und auch Murat Bilderitschi, die ja beide ein hervorragendes Spiel abgeliefert haben. Kann es sogar sein, dass mit Schmidt und Hesse so ein bisschen der ehemalige erste Sturm vielleicht gar nicht in der ersten Reihe steht am Samstag? Könnte man sie auch nochmal, Thierry? Das kann durchaus passieren, weil ich auch noch nicht weiß, wie beide am Samstag, wie fit beide sind. Muss man ganz offen sagen. Und wenn beide nicht in der Lage sind, jetzt ihr Leistungspotenzial abzurufen, dann wird es eine andere Lösung geben. Ob die dann Steinmetz-Bildi-Rigi heißt oder wie auch immer, das lassen wir mal da hingestellt. Aber das kann durchaus passieren. Aber vielleicht noch weiter in diese Richtung die Frage. Gerade Murat, der ja sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat, hat ja doch überzeugt, muss man sagen. Zumindest im Offensiven, wie du auch gesagt hast. Er hat jetzt gestern beim Pokalspiel, ich habe es nicht gesehen, aber hat glaube ich wieder einen direkten Freistoß gemacht. Also als Freistoß-Schütze ist er im Moment, glaube ich, wohl der Beste in der Mannschaft. Kann man den im Moment aus der Startelf rauslassen? Das kann man auch machen. Dann wird es sich entscheiden, was erwartet man für ein Spiel gegen Elbersberg. Welche Qualitäten braucht man auf dem Platz? Auf welcher Position braucht man die Qualität? Wie fit sind andere Spieler? Das sind alles Fragen, die man dann entscheiden muss. Und diese Fragen werden wir, glaube ich, im Endeffekt erst vielleicht sogar am Samstagmorgen wissen. Und wenn wir sie dann alle beantworten können, dann wissen wir, ob er spielt oder ob er nicht spielt. Sie merken, ich will mir auch jetzt nicht großartig irgendwas aufdrücken lassen oder in die Karten schauen lassen. Wir haben da mit den Leuten, die zurückkommen, auch Variationsmöglichkeiten. Und man muss einfach auch sehen, wir werden jetzt nicht nach Elbersberg fahren und nur sagen, egal was Elbersberg macht, wir werden auch schon so ein bisschen auf Elbersberg schauen. Ich bin halt ein Freund davon, riesig auf den Gegner zu schauen. Das ist nicht die Art und Weise unseres Spiels oder auch das, was ich will. Aber ab und zu muss man es schon mal tun. Und dann werden wir sehen, wer am besten zu denen passt und wer am besten unser Spiel dann auch gegen die durchkommt. Aber es ist schon gerade im Sturm eine Situation, die man sich als Trainer eigentlich nur wünschen kann, wenn man vier solche Offensivleute zur Verfügung hat, wie das im Moment aussieht. Das war nicht immer so. Ja, das ist top. Und André Kilian kann ja auch noch, wenn man sieht, er hat ja bisher am Samstag die Position offensiver gespielt, kann ja auch noch dort spielen. Also es ist schon, ja, es ist eine schöne Situation. Viel schöner wäre jedoch, wenn Kai Hessel und Patrick Schmidt vom ersten bis jetzt zum vierzehnten Spieltag immer fit gewesen wären, wäre es noch viel lieber gewesen. Ein schönes Schlusswort. Frage? Ist es ein Vorteil für den FC Romburg, dass Elbersberg doch jetzt erheblich unter Druck steht nach den zwei Auslasten der Lagen? Das weiß ich nicht, ob es ein Vorteil ist. Ich glaube, der Soheder hat immer noch 29 Punkte. Das ist ein Top-Wert. Sie werden nach dem Spiel am Samstag, egal wie es ausgeht, nicht weg sein vom Fenster, werden aber auch nicht vorne wegmarschieren. Also wir sind jetzt am Samstag das vierzehnte Spiel. Das geht noch lange. Und überraschend ist halt, wie viele Mannschaften im Moment noch vorne sind mit solcher großen Punktzahl. Das ist vielleicht das Überraschende. Das setzt sie vielleicht ein wenig unter Druck, wenn man es so sehen will, dass sie eigentlich dann, wenn sie nicht punkten, dass sie dann hinter vielleicht zwei, drei Mannschaften zurück sind. Aber das ist auch der einzige Aspekt, glaube ich. Fragen noch? Nein, dann bedanke ich mich ganz herzlich und beende die Pressort-Kreferenz. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg und unserem Verein natürlich am Samstag alles, alles gut. Tschüss, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.